Musik Es ist zum einen die Landschaft, in die das Jugendhaus Schacherhof eingebettet ist, und zum anderen das Team, das die Jugendlichen hier begleitet. Beides Impulsgeber für eine kirchliche Jugendarbeit. Musik Der Schacherhof ist ein diözesanes Jugend-, Bildungs- und Gästehaus, nenne es ich gern. Das heißt, wir haben einerseits das Haus, das umgebaut ist, ein Bauernhof mit 70 Betten, der vermietet wird an Jugendliche und Jugendgruppen, und andererseits haben wir aber auch Bildungsveranstaltungen für junge Leute. Musik Der Jugendarbeit Substanz gibt also ein alter Bauernhof südlich des Stiftes Seitenstetten, der bereits im Jahr 1384 urkundlich erwähnt wurde. Für Gastgruppen bietet das Jugendbildungs- und Gästehaus verschiedene Aufenthaltsräume, entweder zum Plaudern und Austauschen, zum Lesen, Entspannen und Innekehren, zum Bilden, zum Essen und Schlafen. Musik Wir schauen quasi, dass wir ab der Firmung die Jugendlichen anholen und bis ins junge Erwachsenen heute begleiten. Es gibt zum Beispiel auch für 20- bis 29-jährige ein Sommerlager, das quasi ähnlich ist wie ein Jungschulager, nur für Erwachsene. Das ganze Haus schafft ein Miteinander. Als Jugendbildungshaus bietet der Schacherhof gleichzeitig Raum und Zeit zur Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit gesellschaftspolitischen Themen, mit Ökologie und Nachhaltigkeit, mit Musik und Kreativität. So viel am 10. Jänner 2016 der Startschuss für die Proben des Mega-Musical-Projektes. Eine Vielzahl an motivierten Jugendlichen proben gemeinsam für eine moderne Inszenierung von Jesus Christ Superstar. Jesus Christ war überhaupt seit langem ein Traum von dem Team. Also das ist auch wieder ganz viele Ehrenamtliche, die hier zusammenhelfen und was gemeinsam mit Jugendlichen auf die Füße stehen. Und da wollten wir seit langem schon mal Jesus Christ machen und haben aber die Rechte leider noch nie gekriegt. Dieses Mal haben wir es. Und sind recht froh darüber. Auch da ist es so, dass wir relativ weit ausschreiben und Jugendliche von, die waren jetzt von Linz bis Blank am Kamp, bis Göstling, die da wirklich drei Monate lang jedes Wochen in den Schacherhof gefahren sind und mit uns das einstudiert haben und dann aufgeführt. Wir haben fünf Veranstaltungen in H. gehabt, waren alle ausverkauft, also fast 3000 Leute insgesamt, was sehr cool ist. Das Jugendhaus Schacherhof bietet aufgrund des ruhigen Standortes, des Engagements des siebenköpfigen hauptamtlichen Teams und der großzügigen Räumlichkeiten, sowie des Outdoor-Bereiches und der vielen Veranstaltungen jede Menge Platz, um die gemeinsam verbrachte Zeit unvergesslich werden zu lassen.